Verkackt! Nein, warte mal kurz! Boah, Susi, das stinkt! Der Hörner hat Angst. Du bist der Mann! Ich hab keinen Bock. Okay, hier, warte! Jo Leute, was klappt? Und willkommen auf unserem YouTube-Channel. JT Family! Heute mit einem Format, das Hörner absolut liebt. Mich? Ja, aber so die Strafen. Okay, ich liess wirklich. Wir spielen heute. Sing zu Ende. Sprich, ich hab mir drei Songs rausgesucht. Tutti hat sich drei Songs rausgesucht. Ich hab Songs, von denen ich mir denke, ob Tutti das kann. Ich weiß nicht. Und Tutti genauso. Plus wir haben natürlich wieder eine Bestrafung. Wir haben schon mal ein Video dazu gedreht. Erster Link in der Bio. Check den ersten Teil ab. Heute könnt ihr das gewinnen. Teilnehmerbedingungen sind zum einen, ohne Tutti auf Insta zu folgen. Plus natürlich hier auf YouTube, JT Family. Da die Gewinnspiele natürlich für unsere Abonnenten sind. Schickt uns dann auf Insta solche Screenshots. Und ihr nehmt schon Teil. Viel Glück! Unsere Bestrafung heute sind diese Beans. So sieht das Ganze aus. Beans-Boozer. Wir haben sie auch noch gar nicht geöffnet. Wir wollten nämlich eigentlich ein separates Video dazu drehen. Also falls ihr geile Ideen habt, was wir damit anstellen können, schreibt es gerne in die Kommentare. Für die Ahnungslosen. Das sind quasi Bohnen, Beans, ja. Die einen können sau lecker schmecken nach Vanille, Apfel oder was weiß ich. Und die anderen schmecken grauenvoll. Also du kotzt davon. Sachtige Birne oder Nasenpopel. Entweder Pfirsich oder... Erbrochene. Erbrochen. Nee, ich wusste auch nicht. Oder wir haben auch Schokoladenpudding oder Hundefutter. Halt so richtig extreme Sachen. Und das spielen wir. Yay! Ich will nicht. Wir haben noch gar nicht zu Abend gegessen. Ich will einfach so, das Horn hat. Können wir einen Vlog oder so? Nee, wir machen das jetzt nicht so. Ich hab Angst davor. Ja, das Ding ist. Ich weiß, dass es Hornas kann. Ich weiß es einfach. Glaubst du? Ja, ich glaub. Nee, ich kann grad ganz... Wir haben so lang keine Musik mehr gehört. Du darfst nicht einen Fehler machen. Wir machen das jetzt streng, okay? Okay, okay. Ich wollte es auch nehmen. Ich geh mir das zu Facebook. Ich hab keine Sorgen. Ach so. Ich hab meine Jays so wie Mike Jordan. Ich frag mich. Wie kann ich Scheine besorgen? Ich komme mal da fucken. So wie Scheine am Morgen. Nein, Spaß ja. Sie boxen sich nur. Also gib mir Handy, Geld und die Uhr. Der Album macht dich um eine Minute leichter. Das ist die Straße. Scheiß auf dein Fight Club. Es geht beim Kopf auf Beton. Fick nicht mit Dadi. Du kommst nicht davon. Bro. Ich hab für so 100 Blocker einen Hacker. Und da so... Das Ding... Oh, hast du grad durchgeknackst. Ja, mein Ohr. Oh, der geht so. Nee, der geht so. Ich wollte das auch für dich nehmen. Ennus-Part. Hast du es genau? Nein. Okay, gut. Also keine Strafpflicht. Das ist ja scheiße. Also Leute, ich kann gar keinen Song. Ihr kennt das. Ich bin gerade in die Zukunft. Sieht nicht gut aus der Milch. Aber ich werd so viel kotzen. Den Song hören wir immer im Auto. Tutti singt immer mit. Aber ich weiß nicht, ob sie einfach nachnuschelt. Oder ob sie singt. Oh, ja. Nein. Ja, geh aus dem Weg. Los, doch nicht. 100% Kriminell. Meine Gang. KMN. SKB AMG. Ja. Willkommen im Kartell. Meine Jungs sehen Geld. Leben schnell. Janaki aus dem Weg. Ja. Nein. 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 Aber einfach konnte ich es nie. Aber dann hab ich mich konzentriert an meinem Auto. Oh Mann, ich kann es einfach. Ich mach diesen Song immer im Auto an. Und Tutti immer so. Ja, geh aus dem Weg. Kriminell mein Gang. Ja. Okay, erste Runde war gut. Das zweite wird sie nicht können. Niemals. Deswegen ist, ich hab drei genommen. Drei Songs für Horna. Aber weil Horna, Horna kann alles. Deswegen hab ich einen Song genommen aus Amerika. Oh nein. Nein. Dieses Double Time Rap. Hast du hier so eine Ghetto Narbe? Was hast du da gemacht? Nein. Tutti hat sich gekratzt, Junge. Man denkt, die kommt aus Kriegszeiten. Man denkt, du test so empfindlich, wenn ich es so mache. Meine Haare nach hinten. Plötzlich, der Blut zitiert. Du siehst. Offene Fraktur. Werbung. Das ist nicht der Song. Warte, hast du das gesehen? Ich hab mich eingestellt. Ich dachte so. Das hat mich einfach nie gehört. Der nächste Song, der jetzt kommt, das kann jedes Mädchen. Jedes Mädchen kann das. Scheiße. Ich tape nicht. Okay, warte. Smiley! Was sagen sie das? Warte mal. Stark, Junge! Stark! Stark? Stark! Aber wie geht's dir? The butterfly fly away. Immer still did it like you. Falsch! Oh, halt! Oh, halt! Oh, halt! Ein Satz aus dem Refrain kennst du. Das war doch unsere Kindheit. Waller, nein! Ich höre, dass Tutti, wir haben andere Zeiten. Ich sag, nimm ein Ben, ist ein Bien. Soll ich die Farbe ausführen? Nein! Ich drehe selber wenigstens alle. Boah! Die stinkt! Boah, Tutti, das stinkt! Das riecht nach erbrochenem Waller. Übrig mal, gebrochenem. Wenn ich sie empfinde. Für euch auch. Okay, ich drehe. Live für euch. Einmal Lase zu. Und was hast du, Schwester, jetzt? Tutti Frutti oder Stinke Socke? Tutti Frutti! Scheiße. Okay, ich nehm den hier. Der wird es sein. Die sind so hell, die haben so Punkte. Oh Gott, bitte! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das Gute? Nein! Ich hab so eine Potti! Ja! So, das stinkt so. Das schmeckt so lecker! Aber mit dieser Kotze und Geruch. Weißt du warum? Gott dachte ich so, hä? Die hat doch schon alles gesagt. Warum gibt's denn der Bestrafung? Die stimmt der gut. Leute, wer ein Tonner sucht, ich bete schon mal, ja? Wer Tutti kennt, der weiß, sie spielt nie nach den Regeln. Wir sagen, ey, du musst so und so machen. Tutti sagt einfach, die weiß ja nicht meine eigenen Regeln. Aber heute nicht. Heute macht nämlich Rona ihre eigenen Regeln. Was hast du geplant? Vielleicht ist der Song französisch? Du bist davon! Jede Französisch! Je prouve, oui, je prouve, oui, je prouve. Das heißt, glaube ich, ich beweise. Ist mir egal. Je prouve, c'est mon prouve. Wollt ihr eine Übersetzung oder den Song weiter? Je prouve, oui, je prouve, oui, je prouve. Du hast auch eben eine. Genau, da warst du ja, Bruder. Riecht mal diese Kotze. Ich habe kein Glück. Du weißt ganz genau mein Leben? Ich hatte nie Glück. Nie. Guckt mal in die Nase. Ja. Wie sieht man das? Was ist das? Birthday Cake oder Dirty Dish Water? Schmutziges Waschwasser oder Geburtstagskuchen? Oh, bitte. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe hier zwei. Wir haben eins rein, komm. Wir haben eins rein. Ich habe Angst, Woller, wieder. Ich habe Angst. Ich habe echt zitter, gell? Was ist das? Nein, du hast nicht gute. Ist voll unten. Ne, unwahrscheinlich. Bruder, du isst es eh auch. Komm, die ist wie so ein Hund, Bruder. Die schmeckt süß. Schmeckt gut. Echt? Ja. Oh Mann, diese bestrafften Bomben. Die haben meine Ruf gekauft. Ich dachte, die wird zu gekotzt und so. Weißt du, das Ding ist, wenn wir nochmal damit spielen, wenn wir jetzt die Guten essen, irgendwann bleiben nur noch die Schlechten übrig. Ja. IQ 100. IQ eine Milliarde. Oh jetzt, jetzt, jetzt. Ich hatte voll unten. Ich hatte voll unten. Gänse, schmelze Nappen. Nach dem Guten. Das wirst du nicht schaffen. Eigentlich sollte sie es schaffen, weil sie ist Kanacke. Jetzt will ich es sehen. Das ist von seiner Person. Die verkörpert den Kanackmismus. Was? Wie unter sein Verzeichen umgekehrt. Okay, warte. Ich kann das. Ja, ich bin ein Aufländer. Unsere Namen sind die Markenzeichen. Darum wechselt ihr die Straßenseiten. Ja, ich bin ein Ausländer. Laufe durch Straßen. Laufe durch Straßen und Seitengassen. Oh, sein Part ist schwer, Bruder. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich bin viel unter Druck. Mach mal ein bisschen weiter. Sein Part ist full schwer. Wir sind die Markenzeichen. Deswegen wechselt ihr die Straßenseiten. Ja, ich bin ein Ausländer. Laufe durch Straßen und Seitengassen. Verkackt. Nein, warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Mach nur ein bisschen weiter, dann kann ich. Sitze im Benz oder im Streifenwagen. Ja, ich bin ein Ausländer. Und ich scheiße auf Bund. Du bist auf 128. Ich hab dir geholfen. Halt gar nicht Scheiß drauf, Bruder. Das richtig. Mach nur bei deinem Ausländer. Ich bin ein Ausländer. Keine Ahnung. Ja. Die nennen nämlich Songs, die sie selber nicht kann, Digga. Nein. Aber ich kriege keinen Druck deswegen. Ich glaube, hier ist Sauerstoffmangel in meinem Gehirn. Ah, weißt du nicht. Warte mal, Leute. Das stinkt. Das stinkt. Oh nein. Was? Was? Oh mein Gott. Was hast du? Das ist Stinktier-Spray oder Lakritze und ich hasse beides. Ich mag keine Lakritze. Oh nein, warte. Warte. Kleinen Song, den du eigentlich konntest. Ja. Finde ich das gut. Horner. Ich schwitze gerade. Ich hab gerade so Angst. Entweder Lakritze oder Stinktier. Mach. Mach. Ich hasse Lakritze. Was hast du? Was hast du? Was hast du? Thank you. Ich kau weiter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es wird runter. Es wird runter. Es wird runter. Du hast nicht. Doch. Du musst später auch, weil du kannst die nächsten Songs safe nicht. Ey, warte. Ich hab Angst. Warte. Ich hab Angst. Ja. Waaaah. Waaaah. Das rasiert. Das rasiert. Wie ein Song, den ich eigentlich konntest. Ja. Das war gerade mein letzter Song, oder? Ja, deswegen. Du kannst dir nicht mehr daheim zeigen. Ja. Oh schön. Oh. Zur Weihnachtsstimmung. Weil das so, dass ich so gern ein Fahrrad hätt. Ja. Ja. Gelb schreiten, wär mir recht. Was? 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 Und speicheln, die wie Silber sind. Weihnachtsmann. Hab dir einen langen Brief geschrieben, dass sich alle Kinder lieben. Und ich... Was du liebst? Das haben wir doch nie gehört. Doch. Das haben die nie im Fernsehen gezeigt. Was sagst du? Das Intro ist das Intro. Natürlich. Die haben den ganzen Song immer gezeigt. Haben wir so gemacht. Ja. Kein Weg ist dir zu lang. Nein. Zu weit. Ob nah und fern. Du fliegst mit den Rentieren. In dein Garten. In dein Garten. Nach Frankfurt. Guck mal. Ich mach's. Ich mach's. Natürlich machst du. Du hast richtig verkackt. Ich hab nur ein bisschen. Warte, 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 warte. Warte ganz kurz. Nein. Das Braschene. Pfirsich oder Erbrochenes. 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 Erbrochenes. Ja! Ja, warte! Schlucken. Schlucken. Du musst schlucken. Schlucken. Tati, du musst... Ey, ey. Okay, Taman. Schmuck aus. Taman. Taman. Nein Schlucken. Ey, Tati, kotzt nicht hier. Ich hab keinen Bock. Okay, hier. Ey. Ey, ey. Ich mach's auch. Ich mach's nicht nur. Ey. Spuck aus! 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 Für die Klicks! Für die Klicks! Ich stirbe! Ich stirbe! Uwe, lass auf! Sie war in meinem Mund! Ich bin sehr schief! Ich atme es ein! Mach kurz Pause! Naja, geschluckt hast du es ja nicht! Ich zei gar nichts dazu! Junge, das geht nicht klar! So was darf nicht verkauft werden! Wir wollten eine ganze Challenge dazu machen! Das ist der Grund, warum ich am Anfang des Videos gesagt habe, ich mag das von Markus! Ich muss immer leiden! Horner Glückspilz! Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet! Genauso wie wir! Sehen wir uns im nächsten Video! Liken! Ganz, ganz wichtig! Wir wollen sehen, dass euch das Video gefallen hat! Also liken! Kommentieren! Ballert die ganzen Kommentare voll! Und abonnieren! Denn dann werden sie Teil der Dirty Family! Dann sehen wir uns morgen! Mwah!